Ich gehe gleich raus. Ich will mich mal kurz hier umgucken. Vielleicht kann ich auch noch mal ein ganz ernsthaftes Wort mit Ben sprechen. Okay, pass auf. Gucken, ob das was bringt. Hey, brauchst du dir keine Hilfe mit dem? Danke, ich habe es geschafft. Nur mal, ich würde etwas sinnvolles machen, du weißt? Sehr gut. Okay, wir schauen mal raus. Ich bin ein Mann, du weißt? Und es macht mich auf, was ich weiß. Ich habe mir gedacht, dass ich ihm die Wahrheit erzähle. Ben, komm mal. Das wieder? Es ist meine Schuld, dass Duck und Katja getrennt. Wenn ich nicht auf der Motor-Innen wiederholt hätte, sie noch nicht sind. Wie soll ich nur etwas so machen? Ich muss ihm sagen. Oh, ich mache das einfach mal raus. Oh, ich mache das einfach mal raus. Ich weiß nicht, ich habe das gedacht, aber ich weiß nicht, wie lange kann ich ihn anschauen. Ich fühle mich, dass ich ihn nicht erzähle. Ich sage dir, Mann, das ist eine schlechte Idee. Real, real, wirklich schlechte Idee. Hey, vielleicht bist du okay, mit jemandem Blut auf deinen Händen zu gehen, aber das ist nicht, wer ich bin. Ich kann nicht nur sagen, dass es nie passiert. Schau, wir brauchen Kenny. Wir brauchen ihn, um ihn zusammenzuhalten, damit wir immer rauskommen. Also, du musst das zu dir selbst behalten. Für die Gute von allen. Hörst du mich? Ich höre dich. Ich werde zurück zu diesem. Ah, das wird nicht gut enden. Du kannst es verstehen. Ich würde es ja auch Kenny sagen, aber... Ähm... Vielleicht in einem anderen Augenblick. So. So. So, according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Medicine might be at the nurses office. And a battery would probably be at the auto shop out through here. Feierleiter. Feuerleiter. Bree said the entrance to the auto shop was in the alleyway by this fire escape. Oh, wo ist er denn da? Wo ist er denn da? Okay. Dann werden wir schon peigen. Was ist er denn der Mann, der hier geredet? Es sieht aus, dass er sich selbst als ein Suprem-Leader beiget hat. Magdäu. Die Kraw-Vorträgen. Naja, ich bin gleich da. Ich bin sofort da. Warte. Sie geht einfach? Okay. Blutiges Schließfach? Gucken wir uns das blutige Schließfach erstmal an. Logan. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ich kann es nicht ohne die Kombination öffnen. Ich gehe meiner Aufgabe nach. Da ist die Feuerleiter, glaube ich. Also der Ausgang zur Feuerleiter. Das muss die Tür zum Alleyway sein, wo die Auto-Shop ist. Aber wo ist Molly? Molly? Du bist hier draußen? Das ist ein Lott, Lee. Das ist ein Lott. Ich glaube, ich bin nicht so weit. Da war was. Hinter mir war was. Oder jemand. Hermanns. Das ist das, was ich suche. Ich muss irgendwie den Weg drumherum finden. Ich muss irgendwie den Weg drumherum finden. Ah ja, da kann ich wahrscheinlich rüber, rausklettern. Ich komme hier erstmal nochmal rum. Ja, ob die halten werden. Naja. Werkstatt Tor. Noch nicht aufgehend. Ich muss die Entrance zu dem Auto-Shop, wo Bree sagte, dass wir die Batterie finden würden. Ja gut, probieren wir es erstmal. Aber das wird so nicht funktionieren. Okay. Gibt es noch irgendwas außer dem Zaun? Anscheinendlich. Okay. Was? Alter, von wo kommt der denn jetzt bitte her? Äh, was machst du da? Was machst du da? Das ist was Persönliches. Molly? Molly! Was? Was denkst du, du machst? Es ist schon tot. Ich denke, du kannst sie wegziehen. Nein, sagst mir was zu tun. Du töst Geeks deinen Weg, ich töte sie meinen. Nein! Das ist doch was Persönliches. Komm. Er hat Medikamente schraubt. Einen typischen Wissenschaftler oder Doktor vielleicht? Ja, naja. Er ist jetzt nicht verdammt. Hast du uns einen Weg in gefunden? Ja. Aber die Garage-Tür ist gesammt. Ich kann es nicht aufhören. Nicht ein Problem. Schau, was ich gefunden habe. Ah. Oh, ja. Das wird funktionieren. Anheber, glaub ich. Oh, oh. Der Zaun wird auch nicht ewig halten. Okay, komm, komm. Komm, komm. Ach. Beeil dich, Lee. Beeil dich. Ach. Ach, der lebt auch noch. Ey, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ja, aber pass auf, Molly. Ja, aber pass auf, Molly. Was brauchst du? Was war das alles da hinten? Okay, komm. Okay, komm. Vielleicht gibt es eine Fahrrad-Batterie, die wir für das Boot nutzen können. Ja. Dann macht er noch mal auf, die Mutterhaube. Ich kann sehen, wo die Batterie sein sollte. Aber es ist nicht. Perfekt. Es sieht aus wie Crawford hat seine eigene Semi-Trucke. Das Blink-Trucke. Das Blink-Trucke. Das Blink-Trucke. Must be an anti-theft system. Good chance of a working battery being in that car. If I can find a way to get up there. More of Crawford's rules. How did anybody live like this? How did anybody live like this? I'd rather take my chances on the outside. Looks like it's the hose for the lift hydraulics. Don't think I can pry that hose apart with just my hands. Maybe if I had something to cut it with. It's the panel that controls the hydraulic lift over there. It's locked. No way in. Ich bräuchte mal die Eisachs kurz vor. Ich bräuchte mal die Steuerung. Ich bräuchte mal die Steuerung. Guck mal, ob ich es mir überreden kann, mir das zu geben. Das ist was ich sie nennen kann. Nicht beurteilen. Bitte, kann ich Hilda bischen? Ich bin gut gebraucht. Sie wird nicht ein Schrappchen bekommen. Ich habe jetzt deine Verwaltung. Nicht ein Schrappchen. Ja, Molly. Ich versuch's. Dem Versprechen muss man hier mal sehr vorsichtig sein. Gerade zu diesen Zeiten. So. La. Ja. 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 Komm, beeil dich, Lee. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Komm, mach das doch mal. Alter, das hat ja lange gedauert. Komm, komm, komm. Okay, komm, 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 auf doch. Okay, jetzt was? Das ist geil. Molly, lass mich jetzt hier nicht alleine. Sehr gut. Okay, so now we're on the roof. Do you ever stop complaining? Come on. Molly is a badass. Come on, what are you, chicken? Jump. Jump. Einfach machen. Come on. Later. Something I gotta do first. Catch you later. Wait, you've still got the battery. Yeah, I think I'll hold on to it. Make sure you don't leave without me. See you back in class. Molly! Goddammit, what the hell is she doing? Is there a Vurnen still? Yeah, Vurnen is still there. Let's go with Vurnen. You guys need any help? Thanks, but I think we're almost in. We're taking care of it, Lee. Don't worry. Ich glaube, ich sollte mir vielleicht wieder zurückgehen. Das ist nur die Tür, ne? Ja. Okay, da will ich nicht nur mal raus. Was? Ach, komm, 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 komm. Mach die Scheiße zu. Das ist nur die Tür. Fuck, die Tür werden nicht öffnen. Ich werde nicht öffnen. Lee, mach was. Mach was. Mach was. Wir haben es. Mach die Tür mit nichts. Was? Was? Was war das jetzt? Ach, komm. Ich... Also manchmal weiß man nicht genau, was man da dann zu tun hat. Was denn? Okay. Und dann nochmal. Ja, ich bin ja schon dabei. Okay, das war's. Okay. Komm, komm. Okay. Ja, das wird nicht ewig halten. Mmh. Du bist zurück. Ja, und wir haben auch ziemlich gut gemacht. Great Arbeit, Kenny. Wie geht's mit dieser Tür? Nicht so gut. Hier, ich gebe dir eine Hand. Du hast die Batterie noch nicht? Ja, Molly hat sie. Sie sollte wieder zurückkommen. Sie besser sein. Brie? Brie? Hey, Lee. Wie geht's mit dem, was du mit dem, was du mit dem, was das? Mit einem Ort, wie Crawford? Ich weiß nicht, was ich oder die anderen Survivoren hätte getan haben, ohne Verne. Er ist derjenige, der uns zusammengehalten hat. Er hat uns lebens. so you're a cancer survivor like verlin and the others yeah i was diagnosed when i was in college been getting treatment ever since just when i was starting to get better when i thought there might be some hope all this happened lost my whole family i'm the only one who survived funny how things work out huh what do you think about this whole crawford situation i'd rather not talk about it too many awful memories even being back here gives me a bad feeling even now with everyone dead i got no sympathy for what happened to these people they weeded out the sick and the old even children those least able to defend themselves so that they could save their own skins whatever happened here however crawford fell i consider it poetic justice damn girl that's cool it's how i feel if you'd seen what i've seen you'd feel the same i'm a little busy here lee maybe you should go get that battery or help with the medicine ah i can see how to get that. Let's talk about the regal. Nothing but crayons and construction paper. Okay. Hupscotch. Hupscotch. Okay. Ah. Jetzt sprich mit Clementine. Ah. 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 Oh, das Spiel hat gebraucht. Du bist okay, Clem? Ja. Diese Karte ist wie die, die wir in meiner Schule haben. Ich weiß, dass es wunderschön ist, aber ich vermisse es, dass ich in der Schule bin. Ich auch. Ich war eine Lehrerin, weißt du? Ich sag dir was, wenn wir uns selbst ein sicheres Ort finden, wir haben eine kleine Karte. Nur du und ich. Will there be homework? Keine homework. Wo ist Molly? Sie hat zu gehen und eine Erin. Sie wird bald wieder. Ich hoffe, sie ist okay. Sie wird gut. Sie ist ziemlich schwer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke nicht so, Clem. Ich denke, das beste, was wir wünschen können, ist, dass wir einen Weg finden, um zu leben, um zusammen zu bleiben und uns nicht zu ändern lassen lassen. Das ist, was wichtig ist. Ich glaube, du bist richtig. Okay. Ich glaube, ich nehme mal kurz mit Ben. Ich glaube, ich nehme mal kurz mit Ben. Ich glaube, ich nehme mal kurz mit Ben. Was brauchen wir noch? Wir haben bereits den Fügel und die Batterie. Als wir finden, eine Medizin, werden wir gut gehen. Also, woher hast du diese Batterie gefunden? Molly hat sie. Sie hat sie weg. Sie hat sie zu tun. Sie hat sie zurückgebracht. Sie hat sie zurückgebracht. Ich weiß nicht, warum du diese Mädchen mit ihr vertraust. Wir kennen sie gar nicht. Sie hat sie geholfen, nicht? Hm. Ja. Aber was hat sie für mich letztendlich getan? Okay. Okay, komm. Dann werde ich mich mal gucken, dass ich da bei den Medikamenten doch helfe. Das ist das, was nicht lange halten wird. Was wir gerade versperrt haben. Dieses blutige Schließfach lässt mir hier keine Ruhe. Ich werde das linke, ich werde sie hier schlafen lassen. Verk��one. Ich werde sie schlafen dürfen. Ich werde sie schlafen lassen. Ich werde sie schlafen lassen. Ich werde sie schlafen lassen. Ich werde sie tun. Okay. What the hell happened? They wandered into the hallway after we got inside. I think they must have heard us rooting around in here. The whole place is infested. They're everywhere. Calm down. I took care of them. What about the meds? Did we find what we need? Yeah, that's our other problem. Take a look. Looks like they were keeping all the prescription meds in that safe, locked up tight. Maybe we should try looking somewhere else for medicine. In Crawford? This place is too overrun. No, that safe is our best chance. Okay, that's what we're doing. Yeah, it would be a lot quicker if we just knew the four-digit combination. Well, I doubt they just wrote it down and left it here for us to find. We should just try to bust it open. We don't have any other choice. Okay, you get started. I'll take a look around and see if I can find anything useful. I think that's what we need to take time to rest later, I think. What is this? A copy machine? Not that it matters with no power around here. Just a bunch of papers. No safe combination, though. Looks like some kind of medical file. Anna Correa. I guess she must have been a patient here. And what's this? Mm-hmm. Phones probably haven't worked in months. How's it coming? Slow. Too slow. I'm worried that by the time we manage to get this thing open, it may be too late. I'll go see if I can find something that'll help us get that safe open. Good idea. Okay, komm. Gehen wir ins Klassenzimmer zurück. Okay.